Wir sind wieder zurück in Thea The Awakening und werden begrüßt mit wunderbarer mittelalterlichen Musik und das ist nicht zu unterschätzen, ein guter Soundtrack ist Gold wert und der hier erhebt die Stimmung, der füllt die Atmosphäre nochmal um einiges und auch wenn ich jetzt hier wirklich nur einen kleinen Teil der Karte bisher habe, fühle ich mich schon vollkommen zu Hause und wir gehen jetzt mit dem Upoautentrupp jetzt mal hier die Ruinen untersuchen, es sind alle fit, es geht allen gut, das Dorf ist auch in der Nähe und ich bin guter Dinge, so allmählich verstehen wir jetzt immer mehr und das sollte nicht schief laufen. Wir stoßen auf einige Ruinen einer alten Stadt, die vom Nebel und von Geheimnissen verschlungen ist. Die durchsuchen wir jetzt. Eines der vielen Gebäude, die ihr unermüdlich durchsuchtet. Durchsuchtet. Enthält ein verschlossenes Lager. Ihr benötigt fast eine Stunde um es zu öffnen, doch zum Glück ist es nicht leer. Scharfe Hüfte. Aha, uh. Das ist ein Buggy mit mir. Du hast eine scharfe Hüfte. Diese raffinierte Klingel soll aus der Hüfte einer Baba Yaga gefertigt worden werden. Igitt. Baba Yaga, Hexe und so. Böse, kommt aus den Wäldern, klaut Kinder und Leute. Nimmt sie mit in die Wälder und hat eine böse Hüfte. Nehmt die Beute und verlassen sie Ruin. Das machen wir ja. Yes, das war ja nichts. Das war das erste Mal, dass wir einfach direkt looten konnten. Ja, dann eine hungrige Untote. Nachdem ich jetzt gespeichert habe, kümmern wir uns um die hungrigen Untoten. Ihr nähert euch dem Feind und habt Zeit einen Angriffsplan auszuarbeiten. So, jetzt sind wir wieder in einer ähnlichen Situation wie zuvor. Wir können taktisch vorgehen oder wir können eben kämpfen. Also direkt kämpfen. Der Vorteil des taktischen Vorgehens ist natürlich, dass wir nicht Gefahr laufen, dass sie sterben und dergleichen. Und deswegen mache ich das diesmal auch. Im letzten Mal habe ich mich bei so einer Art von Entscheidung, bin ich in den normalen physischen Kampf gegangen. Ging auch gut aus. Aber, das hatte ich auch gemacht, weil ich mir noch so noch nicht wirklich sicher darüber war, wie läuft das jetzt ab mit den Fertigkeiten in diese anderen Herausforderungsarten. Und da fühle ich mich jetzt aber schlauer. Allerdings, schadenstechnisch ist es immer noch so, dass die Truppe nicht unbedingt mit den taktischen Fertigkeiten viel machen kann. Also, das heißt, ich gehe schon daran aus, aber es kann schon sehr gut sein, dass wir trotzdem verlieren. Aber danach können wir dann einfach in den physischen Kampf gehen, sofern sich die Untoten nicht verkrümeln, wovon ich nicht ausgehe. So. Ihr habe absichtlich, die Untoten mit dem Geruch von Blut und Schweiß von ihrer Gruppe wegzuködern und sie anschließend zu töten. So. Ihr habt eine Herausforderung gewonnen mit zweimal Taktik. Da bin ich mir noch unsicher darüber, was das genau bedeutet. Das heißt, dass ich nur zwei habe, die diese Taktik in irgendeiner Art und Weise so ausführen können. Ich glaube, aber es ist mehr, weil das ist, glaube ich, Wille und Intelligenz. So. Kampfbeginn. Ja, das sieht schon weit besser aus. Die können schon weit mehr jetzt. Das ist auch durch die Erfahrungspunkte und durch die Aufstiege, die sie bekommen haben. Hier. 2, 5, 2, 2, 5, 2, 3. Das sieht gut aus. So. Verbündeten Schützen. Boah, Leute. 11. Auci, bauci. Und auch hier sieht das gut aus. Ich lasse die jetzt mal so. Ich hatte in der Anfänge einen Fehler gemacht, nur auf die Schadenswerte zu gucken. Den machen wir nicht mehr. Die taktischen Karten sind genauso wichtig. Wenn nicht sogar wichtiger. Let's rock'n'roll. So, wen packen wir zuerst raus? Das sehe ich so. Sieht gut aus. Also sieht nicht gut aus, weil Attraktivität ist beim Gering, aber sieht gut aus an dem Werken. Machen wir das? Oder nicht? Genau. Und hier haben wir eigentlich hier das Extraschild. 3, 5, 9. Ich packe doch erstmal Jutrowoy aus. Ne, 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 ne. Das sehe ich so. Ich kann Jutrowoy, kann ich nachher, wenn es sein muss, noch schützen. Mit einem Defense-Wert von 11. 7 plus 4, 11. Okay. Bündet unterstützen. Das könnte sie. Das würde den Angriffswert erhöhen. Genau. Und erhöht den Angriffswert dann der letzten Karte in der Initiativreihe. Da ja aktuell die einzige Karte von uns drin ist, ist es quasi die letzte Karte. Deswegen nutze ich das jetzt aus, damit ihr gleich mal diesen Angriffswert bekommt, der ausreichen sollte, um diese Karte zu erledigen. Eine Karte kann ich noch ziehen. Also das ist Spielen. Das spielen wir Jutrowoy, weil dieser Defense-Wert hier noch mit draufkommt. Das ist schön, wie es sich jetzt spielt, wenn man mehr durchsteigt. Das würde ich immer ein bisschen frustrieren, wenn man ein komplexes Spiel spielt und dann nicht 100% versteht, was gerade passiert. Dann macht es natürlich nur halb so viel Spaß, wenn überhaupt. So, 14. Angriffswerten 2 ist gar nichts. Das haben die aber auch. Aber ich kann die, ich kann die alle ausspielen. Das mache ich jetzt auch. Ich muss noch gucken, ob ich mir irgendjemand mit dem Verteilungswert sorgen machen muss. Und wir könnten auch noch alle Karten ausspielen. Das machen wir auch. Können wir die auch noch verwirren? Ne, ne, ne. Wir brauchen ein Angriffswert, weil das bringt uns nichts. In Summe werden die sonst nicht in einem, in einem Durchlauf beide Karten besiegen. Deswegen gucken wir, dass wir den Angriffswert noch wieder erhöhen von Mystivore. Und dann reicht es vielleicht. Ja, die beiden erledigen die. Das würde reichen. Das reicht. Überhaupt nicht jetzt mal. Ah, knapp. Ah doch, jetzt geht er noch weiter. Yes, ihr wart siegreich. Ihr ködet einige der Untoten von ihrer Gruppe weg und erledigt sie alle nacheinander. Einige sind möglicherweise entkommen. Ihr habt ihr auch genug von ihnen erwischt, um dieser Sieg zu werden und euch einige Beute zu sichern. Genau, und das ist ja auch ein Bestandteil dieser taktischen Herausforderung. Es ist nicht nur taktisch in der Hinsicht, dass andere Attribute hier dann einfach eine Rolle spielen, sondern es ist schon auch so, dass der Kampf sich dann entsprechend anders gestaltet. Und durch dieses Rauspolen haben wir ja schon gesehen, wir hatten tatsächlich auch nur ein, zwei Untote und nicht, wie wir das jetzt eine Kampfherausforderung hatten, dann eine ganze Gruppe mit vier, fünf Monstern. Äh, äh, Monstern. Okay. Und jetzt ist nochmal ein Beehender dabei. Und wir kriegen XP und Forschungspunkte. So, und der Truppe dürfte es eigentlich, okay. 8, 8, 11, genau. Das hat ein großer Vorteil dieser, dieser anderen Herausforderungsarten. So, jetzt checken wir mal ganz kurz bei denen die, die Ausrüstung durch. Ein Jutrobo hat jetzt hier schon auch, äh, 23 Rüstung. Er braucht kein Schild, dann gebe ich ihm nämlich den Beehender, sofern er wirklich mehr Schaden macht. Ne, Schwert hat halt auch schönen Giftschaden drauf. Wobei, das kann jemand anders bekommen. Und Abschirmung hier, fünf. Das packen wir draus. Und drüber sieht aus, als ob er sich freuen würde. Ne, ernsthaft. Es ist ein Beehender, aber er kann es in einer Hand tragen. Steht das hier irgendwo, dass er das kann? Wie auch immer, das freut mich natürlich. Den Filter habe ich noch gar nicht geprüft. Okay. So, wen kann man das Giftschwert geben? Sie hat eine scharfe Hüfte. Hier kann man ein anderes Schild geben. Jetzt sind wir mit ihm. Vlada ist eigentlich... Ist das ein Typ oder ist das eine Frau? Das ist schwer zu erkennen. Oh, Zebobit hat nur eine Keule. Eine Holzknüppel. Ja, wird es mal an der Zeit nehmen, mir zwar eine gescheite Waffe zu geben. Ja, hallo. So. Ich habe lange genug Stiefmütter dich behandelt. Und hier. Rüstung, Abschirmung und Geschicklichkeit. Das ist die Frage, was bringt uns Geschicklichkeit? Aber... Ich gucke mal, ob jetzt jemand anders hier vielleicht einen Geschicklichkeitswert hat. Ja, Jutro wollen. Geschicklichkeit bestimmt nicht nur wie behindert du bist, sondern es steigert auch deine Tarnungen. Geschicklichkeiten und Tarnungen werden bei deinem Vielzeit von Herausforderungen verwendet. Jagen, Schleichen und sogar Kampf. Ja, dann erhöhen wir seine Geschicklichkeit. Wunderbar, das ist ein Ausrüstungsfest. Okay, 3-5, 3-5. 3-4. Und genau. Die sind zum Glück alle gleich und sehen nicht alle gleich aus, dann sind aber doch unterschiedlich. Wird das gerade gesagt? Ja, ich habe es gerade gesagt. Sie sehen alle gleich aus, sie sind aber unterschiedlich. Verdammt. Ich habe mich gerade gefreut, weil die zum Teil jetzt dieselben Werte hatten, aber das ist nicht so. Das ist schade, da müsste man die Icons anders aussehen. Wenn es ein anderes Schild ist, muss es anders aussehen. Macht nichts. By the way, es gibt zu 4D Awakening, da gab es jetzt eine erfolgreiche Kickstarter Kampagne zum zweiten Teil. Freue ich mich schon drauf. Konzentration und Sammeln. Wem ging mal das? Ja, sie hatte das eigentlich. Aber es kann sein, dass sie durch irgendeinen Kampf das dann irgendwie... Ja, Game Over war ich noch nicht. Aber gut. So. Mal alle durchchecken. Kann man ihm nicht noch trotzdem zusätzlich... Ich will gucken, ob sich was am Schaden ändert. Also aktuell hat er 19 Schaden. Ich will sehen, ob der Schaden jetzt sinkt, weil er dann irgendwie das Ding nur noch einhändig führt. Ne. Er kann also... Er kann... Er kann das nicht. Jutroboi kann das wahrscheinlich, weil er so eine Maschine ist. Schwarzschwert, 4 Schaden, 5 Abschirmung, 2 Gift. Das Ding hier macht halt 14 Schaden. Aber da steht schon aus der Tarnung und alles. Ich weiß nicht, ob da das Schwarzschwert mit Schaden und Gift, mit dem Gift dort, da nicht doch klüger wäre. Und das mache ich jetzt. Und ich gebe irgendjemand anders, gebe ich hier diesen Behinder. Irgendjemand, der schon gut Rüstung hat. Die haben ja das große Übungsschwert. Von dem Haus aus 16 Rüstung. Hier würden noch 4 Rüstungen plus 7 Abschirmungen dazukommen. Das fällt mir natürlich schwer. Hammer ist halt echt gut. Gucken wir mal, ob sie Rüstung... Ja, sie kann auch. Also nur Jutroboi ist so die Maschine. Ah, wir können da hier, können wir hier die Namen ändern. Okay. Aber ich mich jetzt auch schon wieder so sehr an die Namen gewöhnt habe. Okay, dann setze ich das nochmal zurück. Und mach das so, wie er vorher auch war. Und wir bekommen ja noch, also wir haben ja noch Kinder im Inventar. Also eben als Ressource im Dorf. Da die da dann heranwachsen, gelten sie als solche. Aktuell sind sie aber noch nicht andersweit verfügbar. Ja. Drei Rohstoffe. Kind. Und irgendwann werden die erwachsen. Ich wundere immer noch Vorräte. Das hier. Anzahl von Charakteren und Bewegungspunkten. Wie lange die Nahrungs- und Brennmaterial Vorräte halten. Das schließt mir immer noch nicht so ganz. Ich mach sie mal raus. Guck, ob sich jetzt was ändert. Eine Anzahl der Charakteren. Hängt aber vielleicht auch vom Beenden der Runde ab. Vorräte haben wir ja nicht genug. 36. Für 36 Runden Nahrungsvorräte. Genug Brennmaterial. Aber wir werden noch mehr Holz brauchen einfach. Für diesen Kräuterhändler auch dann irgendwann mal ein Häuschen kredenzen. Okay. Ich speichere nochmal nach diesem Ausrüstungsmarathon. Jetzt geben wir uns hier auch noch die Hungrigen und Toten. Oder sind das immer wieder dieselben? Egal. Wir machen es nochmal. Dann kann man nicht. Fasten brauchen wir nicht. Dann wählen wir die Runde. Vielleicht passierte was. Wird einiges passiert. So. Produktion von Dörrfleisch ist gestoppt. Ist jetzt durch. Schmiede ist fertig. Ah. Ja. Da muss man denken. Ist ein bisschen. Ich würde mal sagen. Ist ein bisschen doof, dass man nicht sieht, dass hier gerade was arbeiten. Aber das sieht man. Wenn ich sie rein mache, erscheint da oben die Säge. Gut zu wissen. So. So. Den können wir auch später andere Arten von Ausrüstung noch verteilen. Mal gucken. Hier. Die hat ja auch. Die hat wie. Hat hier. Was am Start mit dem Schwert hier. Sechs Schaden. Abschirmung. Hochwertig. Ungift. Neun. Fünf. Neun. Fünf. Was ist das? Holzringen. Okay. So. Die Runde ist durch. Darum ist die Mine, die uns ein Zwerg, der das Dorf besucht hat, markiert hat. Und ja. Ich gucke jetzt nochmal. Ich werde jetzt nochmal die Untoten bekämpfen. Und werde dann ins Dorf zurück gehen. Ihnen Dörrfleisch besorgen. Und dann geht's weiter. Genau. Auch wieder taktischer Kampf. Zwei. Fünf. Fünf. Sechs. Zwei. Sieht sehr gut aus. Und taktisch hat sich auch das. Okay. Wir starten. Wir haben alle bis auf Ladern dicke, fette Verteidigungswerte. Deswegen pack mal Jutrowoy raus. Was ist das? Effekt Aussaugen. Der Angreifer hält Gesundheit in Höhe der Aussaugenstufe. Klasse. So. 15 Beteiligungspunkte. Eine Karte kann ich auch spielen. Okay. Dann schwäche ich ihn zuerst. Indem ich ihn verwirre. Die Idee dahinter ist, ich kann ihn eh mit den Beinen jetzt nicht direkt gleich erledigen. Wobei, wenn ich noch jemand drittes dazu packe, würde das gehen. Dann würde er in der zweiten Kampfrunde, würde er dann aber angegriffen werden von Jutrowoyen. Dann wäre er an sich erledigt. 8. 13. Ne wäre er nicht. Okay. Ist besser doch Leos Lava reinzupacken. Jetzt dürfte er die Runde in keinem Fall überstehen. Dann geht es jetzt erstmal nur um die erste Karte. Da sie das Aussaugen hat, ist das relativ gefährlich. So. Jetzt verwirren. Wenn er gar nicht erst dazu kommt irgendwas zu machen. Ohne Angriff kein Selfie. So. Ist hier Schutz notwendig? 9 plus 11. 12 plus 8. 3 plus 9. Eigentlich nicht. Aber wir können hier mal noch den Angriffswert erhöhen. 1. 1. 1. 2. 2. 5. Sieht gut aus. Wir beobachten das Spektakel. Ihr wart siegreich. Super. Und wieder Loot. Ohne Waren endlich eine Rüstung. Schürzte Schmied. Sie eignet sich zwar gut zum Schmieden, doch wird auch von Nutzen, wenn ein Untier versucht euch zu beißen. Okay. Klasse. So kann man auch Beute machen. Wunderbar. Also da ist jetzt einiges passiert. Hier haben sie auch wieder Fähigkeiten verbessert. Das Team wird stärker. Und das Schöne ist sie werden insgesamt, also das gesamte Volk wird stärker. Klasse. Also noch drei Runden. Wunderbar. Ja. Also es läuft so allmählich. 4D Awakening. Wir brauchen jetzt auch nur noch drei Forschungspunkte. Dann können wir das nächste Rezept oder das nächste Muster freischalten. Müssen wir mal gucken was sinnvoll wäre. Kräuterschmiede wäre an sich schon mal nicht schlecht, weil ich jetzt aktuell ja noch die ganze Zeit mit der Expedition in der Nähe vom Dorf bin. Aber das gucke ich mir dann in einer der zukünftigen Episoden. Gucken wir uns das einfach gemeinsam näher an. Und ich sage jetzt erstmal Bilibaba. Gucken wir uns... Nacht auf jeden Fall. Ja. หนepad. noch mal hängen.